ja und damit hallo herzlich willkommen zurück kriegen wir eine weitere blume toppen wir unsere besten run wir werden jetzt gleich sehen gleich werden wir es wissen denn was wie weit war mir 44 keine punkte daten rangliste ist leer ist wie verarschen wieso keine keine ich will es gar nicht wissen ich will es gar nicht wissen und los geht's ein bisschen haben wir noch mitgenommen und jetzt bitte bitte eine gute waffe bitte eine gute waffe also geht scheiße recht jetzt Ey, wer trifft uns denn da die ganze Zeit? Kein Bonus. Ja, doch, nochmal einen ganz kurzen. Hey, geh halt rein! Oh, Jesus. Okay, war so eine automatische Reparatur, das ist gut. Und weiter geht's. Scheiße, hat uns echt noch getroffen, die Schweinebacke. Und weiter geht's. Huh, geh rein! Entschuldigung. Oh, das war schon wieder so knapp. Okay, Schutz oder Schaden. So? Okay. Okay. Das war's. Okay, warte, hier will ich mal anschauen. Nee, nehmen wir nicht. Okay, wir haben ein Lochbuch. Das war wältigender Leichengestank. Es sind meine eigenen. Ich schmecke sie, rieche sie, spüre ihren toten Blick, höre ihren toten Stimmen, die mich verspotten. Selin, Selin, Selin. Ich will nur, dass das endet. Boah, wie krass, oder? Da liegen auch total viele Leichen rum. Guckt euch das an. Da, 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 sechs Stück. Eins, zwei, drei. Da ist noch einer. Siebel. Okay, das kennen wir noch nicht. Das ist neu. Das ist mal schauen. Also, wir können hier rauf. Offensichtlich, wenn wir Volontäter, da hinten gäbe es ein... Das ist auch noch mal eine Leiche. Nur zwei sogar. Zwei Leichen. Aber da gibt es echt viele hier. Noch einer. Okay, da können wir nichts machen. Darum gäbe es noch eine... Nee, das lassen wir. Nee, das lassen wir. Das schaut auch relativ neu aus, das kenne ich so auch nicht. Eine Pistole. Na, die ist morgen nicht. Oh, scheiße. Okay, viel können wir uns nicht kaufen. Was kriegen wir denn schönes? Na gut. Aber hier können wir uns nicht viel kaufen. Wir haben echt wenig Obelit, Leute. Bei einer Fehlfunktion. Sobald es nicht nehmen. Die Frage ist, diese permanente Fehlfunktion zählt dazu ja nicht, oder zählt die auch? Das weiß ich nämlich nicht. Das wäre nämlich interessant zu wissen. Die Tool. Okay. Boah. Schau mal, wie lange das dauert. Das ist immer ein Risiko, finde ich. Das ist immer ein Halt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Obelit? Gesundheit? Oder irgendein Item? Was nehmen wir denn? Wie viel Obelit haben wir denn überhaupt? Oh, nein, 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 nein! 333 500 prozent dass sich der schwere angriff nicht nieder schlägt nachfällig und erhöhen kurze zeit tempel schutz für um jeweils 25 prozent kommt der herr im Okay, da sind wir wieder. Dann haben wir wieder unsere Leckdlücktreiber. Ah, das ist so fies. Gleicher Bonusschaden. Aber die Dauer ist nicht sehr lange. Ich mache es trotzdem. Ich mache es nicht mehr. Ich mache es nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ja, schön. Was ist denn das jetzt? Du bist tot. Junge, du bist schon längst tot. Der schaut cool aus, ne? Also wie er so rumwappelt. Vor allem dieses Ding der Mitte drinnen, das schaut schon echt übel aus. Ist das ein Auge? Das da? Ja, das ist ein Auge. Das sind alles kleine Augen. Ja, was mach ich jetzt? Das macht nicht auf. Und der ist festgepackt. Was machen wir denn jetzt? Der ist schon gar nicht mehr da, ne? Wir schießen durch ihn durch. Schau. Na ja, wir schießen durch. Wir schießen durch ihn durch. Ja, genau. Die schlagen hinten in der Wand ein. Ja, das ist natürlich jetzt gemein, ne? Jetzt haben wir hier ein Bug. Wir können ihn zwar schön anschauen, aber es bringt uns nichts. Ja, was mach ich jetzt? Also fünf Schuss haben wir da ungefähr. Wir müssen den Zyklus neu starten, Leute. Es bringt nichts. Wir kommen ja nicht mehr raus. Es bringt ja nichts. Das ist jetzt ziemlich fies, oder? Das ist jetzt echt hinterhältig. Fuck you! Blödes Teil. Aber ist das unfair? Echt, hey? Schaffen wir die 20 Räume und den Endgegner? Oh nein, jetzt kriegen wir auch so eine Waffe. Und dann will der Endgegner nicht sterben. Ich mein, das ist total unfair. Oh nein, der hat schon einen Schüttchen. Die Pfeife. Boah, das ist nicht euer Ernst, oder? Wo ist das fies? Wo ist das fies? Ja, war ja so klar. Ja, Jetzt sind wir tot. Oh, wir waren vorher so gut. Alles ist so unfair. Es ist so unfair. Und dann geht's. ist immer so haarscharf was immer denn in den hier können wir vielleicht gut gebrauchen wir so getroffen worden hätte es gibt es doch nicht das ist neu und ein logbuch eintrag ich weiß nicht warum ich es weiter versuche ich kämpfe mich nach oben und stürze immer wieder ab ewige bestrafung hoffnungslos sie würde erwarten dass ich aufgebe sie scheitere ich brauche ihre zustimmung nicht mehr ich mache es dafür noch eine blume zu gewinnen will wissen was hinter dieser tür ist und das ist fies schwer versetzt so Leute, wir haben eine schlechte Waffe für sowas. Leute, wir haben eine schlechte Waffe für sowas, wir haben eine schlechte Waffe für sowas. Leute, wir haben eine schlechte Waffe für sowas. Wir sind ja schon wieder bodenlos unterlegen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist eine Waffe gelegene. Wir sind zu schnell weggegangen. 500 haben wir. 300 kostet uns das. Waffenschaden kostet uns. Wir können beides nehmen. Jetzt bin ich gespannt. Ein Spook Blaster. Na gut. Warte. Waffe. Ja, gegen die Waffe ist es auf jeden Fall, gegen eine Pistole mit Null ist es auf jeden Fall eine Steigerung. Eine enorme Steigerung. Waffe. 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 Schlag auf Schlag geht das hier. Wuhu. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das klappt. Die kriegen wir eigentlich en masse immer irgendwo her. So, jetzt haben wir aber alles voll unten. Schild haben wir schon zwei. Das heißt, wenn wir jetzt so eine hypertolle, geile Waffe nehmen, dann... so, jetzt... so... 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 so jetzt haben wir das problem wenn wir jetzt hier reingehen und so eine geile hyperwaffe nehmen kann man keinen keinen platz mehr dafür wir müssen wir eins von den beiden hier opfern da müssen wir eins von den beiden opfern von zukünftigen parasiten nahkampf alumi und erhöhen kurzes tempo und schutz ich glaube ich glaube Untertitelung des ZDF für funk, 2017 diese schweinepacke hat uns hier niedergehauen und dann sind wir wieder hülsen, ne die nehmen wir diesmal nicht halt zusammen jetzt bin ich gespannt wie wir mit der waffe zurecht kommen hier Wow, was er denn? Scheiße, ich dachte, ich dachte, ich kann weiterlaufen. Falschgedacht. Okay, jetzt geht er, es geht er, hopps. Ah, nein. Im Stand ist der Waffenscheiße schon wieder. Ach komm, warum kriege ich immer diesen Waffen, diesen Ding hier? Es ist das schlechteste, mieseste, kackste, scheuerste Fehlfunktion überhaupt. Im Stand ist der Waffenschaden, das ist so kacke. Okay. Okay. Ah. Oh, scheiße. Okay, ist mir wurscht. Ich brauche jetzt erstmal die Sachen hier. Oh. Oh. Oh, nee. Echt jetzt. Oh. 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 Woh! Jesus! du schweinebacke du verfluchte du schweinebacke ich würde mich interessieren wenn man da noch überhüpfen könnte du schweinebacke 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 ist Das hat mich hier schon mal. Oh, die Musik ist echt. Da muss ich echt Stressresidenz sein hier. Der Musik. Oh, Leute, ist das krass. Habe ich jetzt eine Fehlfunktion bekommen, noch eine zusätzliche? Ne, habe ich nicht. Weil ich vor einem Pfeil getroffen worden bin. Also das ist schon krass. Wenn du denkst, wie viele von diesen Würfelchen da kommen. Die Pool. Ja. Und wie viele in die roten Wüste kommen. Dann ist das schon echt mega krass. Das ist aber ein langer Flug. Und wie viele in die roten Wüste kommen. Oh, die alte Feuerwaffe ist nicht gut, die wir haben. Das ist mir diese Kugel. Und die ist sehr langsam. Und wie viele in die riechensarker in die riechensarker Nein, verdammt. Oh. Komm, da haben wir drei. Okay. 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 Oh. Können wir mal machen. Ich dachte, wir haben genug. Wir haben noch genug Plätze. Oh. Jetzt ist natürlich eine gute Frage. haben natürlich schon einen viel höheren bonusschaden ich nehme ich behalte sie wo geht es hin wo geht es hin wo ist er denn da kommt da ja jetzt müssen wir tauschen wenn sie ist nehmen wir den nicht mit ach du scheiße genau über uns weg hier was immer du auch gerade war es was ich genommen habe ok nochmal durchschnaufen dann geht es los wer hat mich gestern gedroht schweinebacken da ist noch einer wo ist er denn da das ist neu das hat man noch nicht das auge da oben das ist neu wo bin ich natürlich jetzt schon da war ist auch recht gut müssen in die mitte das ist immer diese schütze die man nicht die ich jetzt nicht mehr nehmen kann wo ist diese schweinebacke diese elendige oh leute oh leute das hat uns jetzt fast ein geaus gemacht hier so ein scheiß fuck fuck tiefe stürze schaden dir also ja zum das 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 setzt dann über eine salve an schnellfall explosionen frei 5 wie viel lied haben wir 500 bei baum gesundheit war keine frage 6 10 10 11 12 13 16 Das war's für heute. Okay. Nee, ich behalte ihn. Und da sind wir wieder. Puh, zweimal. Puh, zweimal. Scheiße, direkt drüber. Ah, wieder nicht getroffen. Jetzt hat's. Der hat gesessen. Oh, Gegner explodieren, wenn sie sterben. Ist jetzt auch nicht so berauschen toll. Wir haben eine Blume, wir haben eine Blume. Ja, da kommen wir schon noch hin. Mach dir mal keine Sorgen. Da kommen wir mit Sicherheit hin zum Krankenhaus. Da bin ich sehr zuversichtlich. Boah, 500 kostet uns das. Dann haben wir zwei jetzt davon. Ah, keine Ahnung, ob das was bringt. Willkommen im roten Himmel. Ja. 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 Hat uns diesen Scheißteil echt noch gekriegt, oder? Brauchen wir gar nicht nehmen, weil die nehmen wir sowieso nicht mit. Ach du Scheiße. Ich kriege keinen Gegner. Überraschung. 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 Ein wenig ist besser als keine. Überraschung. 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 Das hat uns jetzt aber zugesetzt hier. hör mir auf das hat uns jetzt aber echt weh getan ich weiß es nicht, 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 ich weiß es nicht Das war's für heute. Okay. Ui, das ist fies. Das ist fies, sag ich doch. Zumindest die Gesundheit möchte ich mitnehmen. Oh, da oben ist ein Logbuch. Verdammt. Da ist ein Logbuch. Oh, das ist wirklich jetzt fies. Wo ist das denn? Da oben. Ganz da oben ist es. Oh, das ist fies. Kommen wir denn da rauf? Wie soll das denn gehen? Also mal ehrlich, wie soll das denn gehen? Okay. Hui. So, wir sind ja fast in der Luft stehen geblieben. Sie hat mich Entschlossenheit gelehrt. Und dass ich mich auf mich selbst verlassen muss. Inspiration? Nein, keineswegs. Mehr wie ein Schatten. Ein, über den ich hinauswachsen will. Das ist immer ihr Konflikt, ne? Mit ihrer Mutter. Das ist immer ein Konflikt. Das ist always wieder hoch. So mujeres so Jahre alt. den fehler hier dass ich stehen bleibt mache ich nicht noch mal da bin ich letztens drauf ich glaube Leute, das ging richtig gut. Ich bleibe bei dem, vielleicht kriege ich ja noch mal so einen gleichen. Wow. Das ist mal ein heftiger Raum jetzt, mit 10. So, was haben wir denn? Aber wir können uns nur so nix kaufen. Spiral Shredder. Fäulnis. Ah, fies. Das kommt als Gießes. Oh, ein Roboter. So. 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 Oh, scheiße. Okay, jetzt warte mal, da gibt's ne Waffe. Deedpool. Ein 45er Deedpool, den besten den es gibt. So besser geht er nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Das ist jetzt hier die große Frage, ich komme mit meinem Eck so gut zurecht gerade und da bin ich echt bis jetzt richtig gut gefahren. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Okay. okay das können wir noch nicht oder gibt es kein kein stehen bleiben oder wo ist es fies ich konnte nicht nehmen habe ich alle meine kalibre kalibratoren voll können es sein muss ich das denn weiß ich nicht die schweinebacke hat mich noch gehört hat mich noch tatsächlich noch mal nach oben auf mich tatsächlich noch gebrochen da haben wir drei okay setzt ein überwältigendes alpha aus schnellfreue explosionen frei da waren schon sieben so so da habe ich noch gar nicht mit bekommen wo ist er wo ist er so willkommen zurück diesmal müssen wir ihn dreimal töten so 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 scheiße so 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 Das war's für heute. Okay, noch immer ein roter Himmel. Das war's für heute. 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 Ja, hier war sie. Nach dem Unfall. Hier fing es an. Die Schande. Die Verurteilungen. Ist keiner drin. Ist keiner da. Da ist zumindest keiner drin. Ist auch das gleiche. Da hat sich nichts geändert. Da kommt jetzt Licht raus, vor allemal. Das ist auch noch das gleiche. Da kommt jetzt vor allemal Licht raus. Können wir da reinschauen? Okay, dann bin ich mal gespannt. Hier fehlen die ganzen anderen Zeitschriften. Endlich. Ein Angebot. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Etwas anderes fiel mir nicht ein. Mutter. Ich. Die sind für dich. Aus dem Garten. Du sagtest, die wären dir die Liebsten. Das haben wir nie getan. Du wolltest das nie. Mutter, meinst du es so? Meinst du? Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Immer wieder faszinierend, wie viele Leute an so einem Spiel mitarbeiten. Mal schauen, was jetzt noch kommt zum Schluss. Ob noch was kommt. Nein, bringt sie... So fing es an. Keine Wärme. Keine Sühne. Nur Schuldzuweisungen. Und Forderungen. Ich habe mehr verdient. So viel mehr. Und sie auch. Keine zweiten Chancen. Nicht dieses Mal. Diese Chance ist vorbei, ich weiß das. Aber andere warten noch. Ich dachte, ich wäre bei ihr geborgen. Gewollt. Respektiert. Alles, was ich nicht hatte, endlich konnte sie es geben. Nur eine weitere Täuschung. Ja, Leute. Damit ist es abgeschlossen. Hier wird kein Bett mehr kommen. Das war's. Der Turm des Sisyphus. Quasi die Story ist abgeschlossen. Klar, wir können jetzt hier noch hunderttausend Mal gegen den Turm anrennen. Und versuchen in Phase 15, 20, 25 zu kommen. Was nicht geschehen wird. Aber klar, können wir alles noch machen. Aber die Story haben wir zumindest abgeschlossen. Das war jetzt mal mein Ziel. Auch wenn wir nicht mal in Phase 5 gekommen sind. Phase 4 war unser Bestes. Aber ich muss schon sagen, ich bin zufrieden. 4, 7. Boah, Leute. Warum nicht? Ist okay? Ja, gut. Okay. Ja, ist okay. Also, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Ich werde vielleicht das ein oder andere Turmaufsteig hier noch aufnehmen zwischendrin. Und dann auch live stellen. Aber zumindest. Die Story ist rum. Ich sag vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play. Oder hier. Wieder bei mir auf meinem Kanal. Bei DINI Group. Bis dahin. Macht es gut. Und ciao, ciao.